dass ihr solche Ehre zuteil wird und sie kann das gar nicht glauben, dass sie den Ehrenring bekommen hat und jetzt auch noch diese Würdigung ihrer Arbeiten und freut sich wirklich fiesig, dass praktisch das, was sich mit ihrem Herzen fürs Hochteil immer verbunden hat, dass das eine Würdigung findet in dem Wege, wie das jetzt passiert. Und sie ist wirklich aus Liebe eine Bleibergerin. Und der Dorbatsch ist ihr Berg und das ist ihre Heimat und das macht sie alles glücklich, dass sie hier etwas beitragen durfte. Und das, was jetzt praktisch die Ehre und die Würdigung ist, das ist jetzt wirklich für sie das Allerhöchste und das Träumste. Also in ihrem Namen möchte ich mich herzlich bedanken bei Christian, Gemeinde, Monika, bei dir Tourismusverband, Seppi. Du bist schuld, dass sie den Schärfel gemacht hat, weil du hast gesagt, jetzt kommt der Naturpark Dorbatsch, jetzt müssen wir was machen. Ich kann nur den Schärfel machen und du malst jetzt einen. Und dann hat sie begonnen mit dieser Schärfelmalerei und dann habt ihr ja immer die gemeinsamen Ausstellungen gemacht und so. Und das ist jetzt so ein bleibendes Werk, wo sie praktisch nicht mehr auf den Berg konnte, aber die Schärfel dann praktisch als Werk zum Naturpark Dorbatsch beitragen konnte. Nochmal ganz, ganz herzlichen Dank für alles im Namen von meiner Mutter und auch im Namen von uns, von der Familie. Und wir werden wirklich diese Bank mit Freude genießen. Es ist wirklich wunderschön. Vielen Dank. Gerne.